Papiere. Hier, bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte! Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hot Dog. So ein komischer Kalt. Die spinnen, die armen Hot Dog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Weiter. Greta, bei Fuß. Hot Dog. Reckon I had to say something. That was Rudy Jäger. Helga's second in command. I hear he feeds his dogs with prisoners from the castle's dungeon. Guten Morgen. 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 Helga von Schapps. Which is a nasty piece of work. Handpicked by Deathshed himself, as a key member of the SS Paranormal Division. Ich hatte die Verzweiflung von ihr auf eine Mission in Tanzanika. Kann ich euch erzählen, Blazkowitz? Ich war mit Blackwater Fever am Tag. Das war vielleicht der schlimmste Tag meiner Leben. Nicht nur ein schwerer Dieter Whisky kann mich verbessern, wenn du mir erinnerst. Anyway, das Castle? Helga hat es. Es ist ihre Forschungskontrolle. Wir müssen Deathshead abholen, oder die Krieg wird verloren. Helga ist in der Nähe. Es gibt eine Top-Secret-Document-Folder in Helga. Es sollte uns die Location des Deathsheads. Als wir das haben, dann können wir ein Assault auf der Basis der Operation. Er schnau ihn, um diese Verkaufung zu machen, und wiederkommen. In Zeit für Tee. Okay, auf geht's. Ich werde den Alarm vor. You head for Helga's Research Center. We'll stay in touch via radio. Leaving the channel open. Okay. Inside the elevator. Roger that. Can't spot it. Going in for the kill. Roger, what are you doing? Shh, 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 shh. There you go now. Sleep tight. Set him. He's in the middle. I live in the middle. I live in the middle. He's on the left. Hey, come on out. Ich bin auf der Katwall, BJ. Okay? Don't shoot. It's just me. I'll dig a gander up here. Look for a safe. That's where the folder should be. Okay, Helga. Where do you keep your secrets? Now, if I was a safe, where would I hide? Well, I guess I wouldn't hide because I wouldn't be sentient, would I? But I guess I would just be. So, where would I be then? Blasco, let's go through every nook and cranny. We're not leaving here without that folder. Blasted. Ah. I found this safe, but the bloody folder is gone. It's just not there. I saw a radio down there. Use it to contact Kessler. Tell him we can't find the folder. Make it snappy, Blaskowitz. I'll stay on the lookout. Pathfinder, call in Landseer. Come in, Landseer. Over. This is Landseer speaking. Over. Landseer, we can't find Lucy's present. Over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Rendezvous with me as soon as you can. We will discuss further. Over. Roger. Pathfinder. Shit. Bloody hell. Hold them off, Blaskowitz. I'll find us an escape route. Remember, nothing good left in the world. Shoot those nappies, Blaskowitz. Working on it. Check out. I have a gun. Ready? I have a gun. It's already on the left. Keep your gun. I'm going. Geht's! Was ist der Exit gekommen, Wesley? Was für eine blöde Kalkup, eh, BJ? Und wir haben noch eine Chance. Kessler weiß etwas. Es ist wert, wenn wir nicht aus diesem Ort kommen. Ich habe einen Weg gefunden. Komm her, ich werde dir helfen. Warte, warte. Wir treffen Kessler in der Taverni-Village. Roger das. Hier sind wir. Komm her, schnell. Komm her, ich werde. No turning back now, BJ. Keep... ...moving. Shit. Get back to the next door. Was ist das? Was ist das?